Hallo, mein Name ist Alessa von Yoga Asana Kreuzling und ich zeige euch heute eine Übung für den Rücken und für die Flankenliebe. Dazu brauchen wir ein Stuhl, legt euer rechts Bein, geflechtet auf den Stuhl ab und zieht mit der Einatmung den Arm nach oben. Tief ein, länge in den Flanken und mit der Ausatmung greif den Schienbein oder den Oberschenkel und geh in die seitliche Dinge. Mit der Einatmung schon nach oben in deine Handfläche und mit der Ausatmung geht tief. Achte auf den Hohkreuz, sieh das Steißbein ein. Einatmung, komm wieder nach oben, zieh dich lang, Schultern tief und Ausatmung hänge vor das Herz. Linke Seite, dazu wechseln wir, legt das linke Bein auf den Stuhl ab. Einatmung, zieh dich lang und mit der Ausatmung geht die Flanken, bring den Arm aus dem Schienbein oder den Oberschenkel. Einatmung schon nach oben in die Hand und mit der Ausatmung zieh den Arm weiter über den Kopf. Einatmung, komm wieder nach oben, zieh dich lang. Und ausatmung, Hände vor das Herz. Vielen Dank und viel Spaß beim Üben.